Wintergoldhähnchen Hallo, ich bin Rieke Hohmann und ich arbeite hier im Naturkundemuseum Stuttgart in der Vermittlung. Heute möchte ich euch diesen kleinen Vogel vorstellen, das Wintergoldhähnchen. Das Wintergoldhähnchen ist in Deutschland ganzjährig verbreitet und kommt in Nadeln und Mischwäldern vor und ist auf Fichten spezialisiert, das heißt in den Mittelgebirgen, wie zum Beispiel im Schwarzwald, kommt es besonders häufig vor, kann aber auch auf Friedhöfen beobachtet werden. Das Wintergoldhähnchen ist eigentlich nicht selten, aber gar nicht so leicht zu sehen, weil es sich meistens in den Baumkronen aufhält. Wie man sieht, ist das Wintergoldhähnchen winzig klein, es ist der kleinste Singvogel Europas und es sieht erstmal relativ unscheinbar aus mit seinem grau-grünen Federkleid und recht kugelig, so fast ohne Hals. Aber auffällig ist hier der Scheitelstreif, der auch ein bisschen aussieht wie eine kleine Krone und das Wintergoldhähnchen heißt wissenschaftlich Regulus Regulus, das heißt kleiner König. Das Wintergoldhähnchen ist sehr geschäftig, es verbringt ungefähr 90% des Tages mit Nahrungssuche und es frisst vor allem Spinnen und kleine Insekten und die sucht es sich hier am Stamm oder so auf der Unterseite von Nadeln, von Nadelbäumen. Pro Tag muss das Wintergoldhähnchen ungefähr sein eigenes Körpergewicht an Nahrung zu sich nehmen. Das Wintergoldhähnchen brütet zweimal im Jahr und dabei sind beide Elternteile sehr gefragt. Während das Männchen noch die erste Brut umsorgt, legt das Weibchen in einem zweiten Nest schon weitere acht bis elf Eier und brütet die aus. Wenn man in der Nähe von Fichten ein ganz hohes Fiepsen hört, dann ist das sehr wahrscheinlich das Wintergoldhähnchen. Mit etwas Glück kann man dann in den Baumkronen auch die kleinen Vögel sehen, wie sie zwischen den Ästen rumhuschen. Die Vögel, die in Skandinavien zum Beispiel brüten, also in den nördlichen Gebieten, wie das hier auch in der Vitrine zu sehen ist, die ziehen im Herbst in wärmere Gebiete zum Überwintern. Und man traut es den kleinen Vögeln vielleicht gar nicht zu, aber sie können am Tag so 250 Kilometer zurücklegen und fliegen dabei auch über die offene Nordsee. Raus in die Wälder, im Moment nur zu zweit und viel Spaß beim Entdecken. Raus in die Wälder, im Moment nur zu zweit und viel Spaß beim Entdecken. Raus in die Wälder, im Moment nur zu zweit und viel Spaß beim Entdecken. Raus in die Wälder, im Moment nur zu zweit und viel Spaß beim Entdecken.